Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Tutorial für Adobe After Effects und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr schnell und relativ unkompliziert Kinetic Typography in Adobe After Effects erstellen könnt. Also schauen wir direkt rein. Und ich sagte gerade relativ unkompliziert. Warum sage ich relativ? Nun ja, es ist eigentlich unkompliziert. Früher, ich habe sowas von Hand gemacht, da hat das teilweise bei mehreren Sätzen Stunden gedauert. Und wehe, es sollte irgendwie eine Änderung in dem Ganzen erfolgen. Da sagt ja jemand, wir müssen das Wort nochmal verändern oder so. Dann ging eine Kettenreaktion von Katastrophen los. Das ist jetzt nicht mehr ganz so der Fall. Und ich würde sagen, wir schauen direkt rein in Adobe After Effects und gucken uns das Ganze mal an. Eine Sache will ich noch sagen, das ist kein Tutorial für reine After Effects Einsteiger. Wenn euch die Oberfläche ein bisschen schwierig vorkommt und ihr denkt, was ist das alles, dann verlinke ich mal hier oben Grundlagen Tutorial After Effects, wo ganz viele Begrifflichkeiten erklärt werden, die einfach sich wichtig sind. Ich weiß, das ist nicht so jedermanns Sache, aber entweder will man damit richtig arbeiten oder man lässt es. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Und wir schauen jetzt direkt rein. So guys, dann schauen wir mal rein. Vorab gesagt, es ist ein Plugin für Adobe After Effects namens Type Monkey, das uns hier Wochen und Stunden voller Arbeit ersparen kann. Wer sowas mal probiert hat in After Effects, gerade wenn es über mehrere Sätze mit mehreren Minuten geht, der weiß ja, wovon ich spreche. Das Plugin kostet 89 Euro, aber als ich nur ein einziges Mal etwas erstellen sollte in der Richtung, habe ich mir gedacht, egal, weil ich habe da nur noch ein paar Minuten gebraucht, nachdem ich verstanden habe, wie das Plugin arbeitet. Und sonst hätte ich Tage daran gesessen. Also das nur vorab. Wem das hier zu teuer ist, der ist direkt raus. Der braucht das Video natürlich auch nicht weiter angucken. Für jeden anderen, der schon mal versucht hat, so Kinetic Typo zu erstellen in After Effects, für den ist das interessant, wenn er das noch nicht kennt. Das will ich nur gesagt haben. Dieses Plugin kriegt ihr auf aescripts.com, dann sucht ihr danach Type Monkey und dann findet ihr das Ganze. Es gibt hier von Eberts und Zocker, das ist der Autor, noch mehrere Plugins. Die haben alle was mit Monkey im Namen. Wie gesagt, Type Monkey gucken wir uns heute an und es gibt da noch mehrere. Da ist auch hier bei Type Monkey eine Übersicht der anderen Monkey Plugins, die es noch gibt und was die so können. Ich gehe jetzt darauf nicht im Einzelnen ein. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch nicht alle bis ins tiefste Detail verstanden, wo da genau der Unterschied ist. Auch wenn man hier so eine Tabelle hat. Also es gibt noch Layer Monkey, Motion Monkey und so weiter und so weiter. Gucken wir uns jetzt aber nicht an. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier an. Und ich habe hier eine neue After Effects Komposition geöffnet. Ich habe hier das Plugin installiert in After Effects. Das ist dann so ein Fenster. Also das Plugin arbeitet als Fenster. Das habt ihr dann hier unter Fenster und dann habt ihr hier unten Type Monkey. Und dann könnt ihr das natürlich platzieren, in After Effects hinschieben, in andere Fenster, wie auch immer. Wie ihr das mit der Programmoberfläche auch macht. Wie funktioniert das jetzt, wenn wir etwas erstellen wollen mit Type Monkey? Wir machen eine neue Komposition. Ganz normal. Sagen wir mal 30 Sekunden. Full HD, 25 Frames die Sekunde. Okay. Stinknormale Komposition. Kein Hintergrund, gar nichts. Ich gebe dann aber auch zum Schluss noch ein paar Tipps. So, jetzt haben wir das Type Monkey Fenster hier. Hier können wir zum Beispiel aus unserem Notepad oder Word Dokument oder so den Text einfügen, wie er halt sein soll. Ich schreibe jetzt einfach mal was rein hier. Hallo, dies ist ein... Einfach nur so geschrieben. Jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Hilfe. Denn wir können auch formatieren, was das Plugin machen soll. Wenn wir mal draufklicken, haben wir hier so eine Hilfe. Also, wenn wir hier so eine Tilde oder was das in die Tilde ist, ist es nicht... Naja, ihr wisst schon, dieses Symbol hier halt einfügt. Fährt gerade der Name nicht ein. Dann wird eine Pause gemacht. Das heißt, das Wort hat eine gewisse Pause, bis das nächste eingeblendet wird. Dann haben wir hier noch die eckigen Klammern. Wenn wir die drum setzen, dann wird das alles in einer Grundlinie, also als eine Wortkette angezeigt. Mit derselben Grundlinie halt. Da kommen wir später noch zu. Und dann gibt es noch selbe Größe und stackt, also untereinander gestapelt. Und dann kann man noch Sachen in Gruppen kombinieren, indem man dazwischen so einen senkrechten Strich macht. Und dann kann man noch Kombinationen daraus machen. Ich gebe euch aber gleich ein paar Beispiele. Wie funktioniert das jetzt? Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, ich gehe in mein Zeichenpanel hier in After Effects und lege dort fest, was ich für eine Schrift haben möchte. Ich sage mal Avenir hier, Black, Schriftgröße so und so, wobei die Schriftgröße nicht unbedingt eine Rolle spielt. Schriftfarbe weiß. Und ich klicke jetzt mal einfach hier auf Do it. Und jetzt generiert Type Monkey folgendes. Für jedes Wort oder für jedes Wort generiert er jetzt hier Ebenen. Das hat er jetzt gemacht. Er hat auch eine Kamera und eine Bewegung, die animiert ist, gemacht. Und jetzt sehen wir auch schon mal gleich, wie Type Monkey funktioniert. Wenn ich das Ganze jetzt hier abspiele, zuerst habt ihr hier bis zu dem ersten Marker Hallo Nichts. Und dann geht es quasi los und wird entsprechend eingeblendet, gedreht und so weiter und so weiter. Das würde jetzt rein technisch gesehen schon funktionieren. Er hat jetzt fast hier erstellt und das geht jetzt über 30 Sekunden. Warum läuft diese Animation über 30 Sekunden? Kann ich euch gleich zeigen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Das ist natürlich auch relativ weit auseinander, weil er die Wörter im gleichen Abstand über die Zeit, die er laufen soll, verstreut. Mit einem gleichmäßigen Abstand. Wir können auch den Abstand kleiner machen, indem wir die Marker ängert zusammenziehen. Ich zeige euch ein Beispiel. Ich möchte das jetzt schneller machen. Dann kann ich jetzt zum Beispiel die beiden hier oder die drei näher zusammenziehen. Dann geht das ganz schnell. Jetzt dauert es natürlich ewig bis zum nächsten. Ich zeige euch noch was. Wir können aber auch hier über die Dauer, wenn ihr das nicht seht, müsst ihr mal rechtsklick, Spalten, Dauer gucken, können wir die Dauer auch runterschrauben. Wir können sagen, das soll jetzt nur noch insgesamt 5 Sekunden dauern und nicht 30. Enter. Jetzt dauert das Ganze hier nur noch insgesamt 5 Sekunden. Hätte man so geändert. Geht auch. Wie grundsätzlich Type Monkey funktioniert, ist aber folgendes. Ich sage mal hier undo it, um alles rückgängig zu machen, was ich an Type Monkey in meiner Komposition habe. Also drücke ich undo it, save Type Monkey Mark Layers. Das ist jetzt gerade egal. Ich habe hier keine Marker Layers gehabt. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel was mit dem Text auf eine Ebene synchronisieren will, wo man schon Marker hat. Zum Beispiel für Sprache, damit man das synchronisiert. Aber das werden wir uns jetzt hier nicht angucken. Also nein. Type Monkey richtet sich am In-Out-Bereich, den ihr, oder im aktiven Arbeitsbereich, den ihr gewählt habt. Danach richtet sich Type Monkey, wie lange diese ganze Animation hier mit dem Text ausgeführt wird. Das ist ja auf 30 Sekunden der aktive Arbeitsbereich. Ich stelle den jetzt mal auf 4 Sekunden. Ich gehe hier zu 4 Sekunden und drücke N. Also mit B könnt ihr den Anfang einstellen. Und mit N könnt ihr halt das Ende des aktiven Arbeitsbereiches einstellen. Oder ihr fasst da einfach an und zieht. Für jemanden, der das jetzt nicht weiß. Wenn ich jetzt auf Do It gehe, wird Type Monkey das über diesen Zeitraum erstellen. Ich mache das mal. Do It. Jetzt ist das ganze Graffel hier am erstellen. Und wenn er fertig ist, ist das innerhalb dieser 4 Sekunden hier erledigt. So. Jetzt haben wir uns das schon mal angeschaut. Und wir haben hier auch eine Kamera. Die Kamera, wir können ja mal gucken. Die Keyframes sind da nicht eingeblendet. Das läuft alles hier über Nulls. Da können wir mal einblenden lassen. Automatisch hat er hier alle Ebenen ausgeblendet, die Type Monkey erstellt hat, die wir normal zum Arbeiten nicht brauchen. Es sei denn, wir wollen hier noch irgendwas dran anpassen. Ich werde die mal hier alle, dieses Verbergen ausschalten. Jetzt sehen wir, was hier Type Monkey erstellt hat. Für jede Ebene ist hier im Prinzip jetzt hier, oder für jedes Wort ist hier eine eigene Ebene angelegt. Ich zeige das mal hier. Das ist jetzt auch gesperrt. Es gibt hier noch so ein Zusatztool für Monkey Tools. Damit kann ich gleich alle Ebenen entsperren, die hier vom Type Monkey gesperrt worden sind. Das ist auch ganz praktisch. Dieses Monkey Tools, das ist auch ein extra Plugin. Das ist immer dabei bei jedem Monkey Plugin. Jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, auf Unlock All. Und das ist das Gleiche, als wenn ich jetzt hier manuell beigehe. Ich kann nochmal rückgängig machen. Und manuell jetzt hier überall die Schlösser rausnehme. Wenn man nämlich noch nachträglich Änderungen durchführen will, dann ist das halt relativ unkomfortabel, wenn man da alle irgendwie nochmal entlocken muss. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier noch was drin ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, meine Ebene Type möchte ich aber, jetzt habe ich die Ebene doppelt angeklickt. Das wollte ich jetzt nicht. Meine Ebene Type kann ich jetzt nochmal ändern. Da sage ich, das soll jetzt aber nicht Type Monkey, sondern was auch immer heißen. Dann kann ich das direkt abändern. Das funktioniert und die Animation bleibt erhalten. Das wäre so das. Dann kann man noch sagen, es gibt hier diverse Funktionen zum Einstellen. Gehe ich auch nochmal kurz durch. Ihr müsst euch dann mal kurz selber damit beschäftigen, damit das Tutorial jetzt nicht zu lang wird. Aber man kann interessante Sachen machen. Textebene nur erstellen. Dann wird keine Animation erstellt. Dann werden einfach nur das, was jetzt quasi hier erstellt ist. Ich kann ja mal hier rauszoomen hier. Ihr seht ja hier sind mehrere Wörter. Dann werden die einfach nur erstellt ohne Bewegung. Dann werden die einfach nur verteilt in der Komposition. Das kann man auch benutzen. Muss man halt schauen, was man vorhat. In der Regel macht es da nicht so viel Sinn mit so einem Plugin. Das wäre das eine. Jetzt sehen wir ja, dass zwischen den Wörtern hier so ein gewisser Abstand ist. Ihr seht, dass zwischen dies und ist ist dieser Abstand. Das machen wir mit Spacing. Wenn man den Wert größer macht, dann wird der Abstand größer. Dann haben wir hier noch die Schriftgröße. Random. Das heißt also komplett zufällig. Die Schriftgröße. Ihr seht das zum Beispiel. Ist jetzt hier was unterschiedliches erkennbar. Ja, hier zum Beispiel Type und Monkey. Ganz klar zu sehen, das ist eine unterschiedliche Größe. Und da haben wir hier den kleinsten Wert 32, Maximum 220. Das bezieht sich hier auf diese Schriftgrößenwerte. Minimum, Maximum. Spacing, wie gesagt, der Abstand. Rotation Probability ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Ganze dreht. Das ist hier auch in dem Beispiel passiert. Wenn ich das mal abspiele, dann macht er irgendwo. Hier macht er eine Drehung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht, liegt hier bei 25%. Also nicht so häufig. Setzen wir es höher, dann dreht er immer öfter 90 Grad Winkel hin und her. Setzen wir es auf 0, dann macht er das überhaupt nicht. Jetzt zeige ich euch nochmal ein paar andere Sachen, was man machen kann. Sagen wir mal, wir möchten jetzt Type Monkey Tutorial zusammen geschrieben haben. Dass das dann im Prinzip nicht hier so untereinander kommt, sondern in eins geht. Und da haben wir ja gesagt, hier gibt es ein paar Hilffunktionen. Probiert das mal aus. Hier der senkrechte Strich. Ich muss auch mal gucken. Auf der Apple-Tastatur ist das ja wahnsinnig toll versteckt, dieser Strich. Ich weiß immer nicht, wo der da genau ist. Shift und die... Genau, Option und die sieben. Jetzt mache ich mal Striche, senkrechte Striche zwischen diese Wörter. Wenn ich das Ganze jetzt updaten will, was das hier anbelangt, dann muss ich hier einmal sagen, Undo. No, Markerlehr habe ich eh nicht gemacht. Und dann wieder Do It. Und dann ist das erstellt. Und ihr schaut euch mal gleich an, was passiert ist. Also Type Monkey Tutorial war jetzt komplett in einem Wort, nicht mehr einzeln. Also in einer Linie dargestellt. Durch diese Striche, die das Ganze zu einer Gruppe quasi verbinden. Wie gesagt, steht hier. Striche dazwischen. Combines words into one group. Und der Abstand ist jetzt vielleicht noch ein bisschen wenig. Da kann ich jetzt sagen, das ist mir zu wenig Abstand. Und nochmal Undo It. Dann sage ich hier, Spacing mache ich jetzt mal 250. Do It. Fertig ist die Laube. Und wenn ich dann angucke, dann ist der Abstand dazwischen größer. Was hier in dem Fall schon dafür sorgt, dass wir immer nur ein Wort gleichzeitig auf dem Bildschirm sehen. Gut, in dem Fall jetzt nicht. Aber angenommen, ich möchte auch hier das nur noch alleine darstellen. Was kann ich dann machen? Ich kann das letzte Type Monkey Tutorial, diese Gruppe, bearbeiten. Ich mache mal hier alle Ebenen verbergen aus. Und dann sage ich hier Type Monkey Tutorial. Es ist so, jede Textebene bekommt ein eigenes Nullobjekt. Und die Textebene, die ist dann quasi immer angehängt, also übergeordnet verknüpft an dieses Nullobjekt. Also Type Monkey Tutorial hängt an dem Nullobjekt Type Monkey Tutorial Control. Das Wort Ein hängt an dem Nullobjekt Ein Control und so weiter. Und wenn ich das Nullobjekt, nicht den Text selber, das Nullobjekt in der Position verändere, es ist im 3D-Raum, ich kann es jetzt verschieben. Und ich verschiebe jetzt Type Monkey Tutorial nach unten auf der Y-Achse. Warum sich jetzt das andere Wort bewegt, liegt daran, dass jeweils die nächste Ebene an die nächste geknüpft ist. Also ihr seht das hier, Type Monkey Tutorial hängt an dem, ja, hängt an 11, an Ebene 11. Das ist dieses Nullobjekt. Ein hängt wiederum auch an 9. Und so geht es immer ein höher. Das bedeutet, wenn ihr halt eine Ebene verändert, dann verändert ihr alles, was danach kommt. Probiert es aus, ihr werdet es feststellen. So, jetzt habe ich das auf jeden Fall erreicht. Ich habe das ein bisschen nach unten geschoben. Und jetzt ist jedes Wort hier für sich auf dem Bildschirm. Und ja, da kann man jetzt schon mit zufrieden sein. Man kann auch zum Beispiel noch, sofern man das angeschaltet hat, Motion Blur mit einschalten. Müsste ich aber auch Undo machen. Motion Blur anschalten. Dann Motion Blur anschalten für die Komposition. Ach, ich mache es einfach mal, damit ich es euch mal zeige. No. Also ich habe Undo geklickt. Ich sage Motion Blur an. Sage Do it. Der Affe macht jetzt quasi die Arbeit. Und jetzt ist das passiert. Und jetzt sehen wir hier noch keine. Warum sehen wir noch nicht? Wir müssen für die Gesamtkomposition noch Bewegungsunschärfe anschalten. Und dann seht ihr, wenn das Ganze hier bewegt wird, dann ist hier auch Motion Blur mit aktiviert. Und wie gesagt, das ist im 3D-Raum, was hier passiert. Man hat noch mehrere Anpassungsmöglichkeiten. Man kann hier noch eine Farbpalette festlegen. Momentan ist es nur weiß. Würde ich noch eine zweite Farbe hier festlegen. Könnt ihr ja auch verschiedene Weisen hier festlegen. Dann würde abwechselnd zufällig ein Wort in der Farbe, ein Wort in der Farbe erstellt und so weiter. Das kann man halt machen. Hier gibt es noch eine Integration von Adobe Cooler. Also diese Online-Funktion von Adobe. Da kann man ja sich Farbpaletten erstellen, speichern und dann hier laden. Type Animation. Das ist im Prinzip, wie das Ganze hier animiert wird. Ihr seht, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es gibt hier Randomize. Das ist halt zufällig. Dann gibt es Cut-On. Das ist einfach nur schlicht. Der Text ist da. Da passiert gar keine Animation. Fade, Skalieren, Ease Out und In, Bouncen, dass das so reinspringt und so weiter. Da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele. Bei Randomize hat halt jede Ebene einen eigenen Effekt. Die Geschwindigkeit noch, wie schnell die Animation vor sich geht. Dann haben wir hier noch Textmodus. Da muss ich sagen, habe ich noch nichts mitgemacht. Kann ich euch nichts zu sagen. Markers, das ist, wenn man die ganze Animation auf eine andere Ebene synchronisieren möchte. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich mache jetzt mal hier ein neues Nullobjekt oder was auch immer und mache hier jetzt Marker. Wobei ich jetzt gerade wieder vergessen habe, wie ich mit der Apple-Tastatur jetzt hier Marker drauf anlege. Muss ich mal gerade gucken. Ebene. Finde ich jetzt hier. Ich gucke nie in die Menüs. Ich mache es mit Shortcode, aber unter Windows. Und hier weiß ich es jetzt gerade nicht. Schichtkomposition auch nicht. Ebene. Marker, Marker, Marker. Marker hinzufügen. Also jetzt habe ich hier einen Marker festgelegt. Der Marker wäre jetzt idealerweise dort, wo ein Wort erscheinen soll. Das muss man sich halt abgleichen. Es gibt auch Plugins für Premiere, dass man das automatisch macht. Dann analysiert das Plugin den gesprochenen Text oder das Video auf den Beat und so weiter. Aber wir sprengen das Tutorial jetzt gleich komplett. Und jetzt habe ich hier einen Marker. Und dann könnte ich hier bei, muss ich einmal sagen, undo it. No. Dann könnte ich sagen bei Marker, dass die Marker entweder im Arbeitsbereich liegen oder über die Dauer der gesamten Komposition. Wenn ich jetzt sage Work Area, gut, ich muss dann auch einen da drin liegen haben. Und ich sage dann mal do it. Dann hat das Ganze jetzt nicht funktioniert. Gut, vergessen wir das jetzt hier. Das mit den Markern ist wieder ein Fall für sich. Da haben die aber auch selber ein ganz gutes Tutorial, muss ich sagen. Ich will euch ja jetzt hier nur im Prinzip einen guten Einblick geben, was man hier mit Type Monkey erledigen kann. Ich sage nochmal do it. Das Ganze ist erstellt. Wie gesagt, so schnell geht das. Markersinch, das ist das im Prinzip. Genau. Da habe ich es eben vergessen. Ich muss Markersinch anklicken. Also vorher eine Null-Ebene anwählen hier. Die habe ich jetzt hier nicht. Die Marker halt hat. Und dann Markersinch aktivieren. So weise ich die zu. Genau, das war es. So, die Monkey Cam, das ist die Kamera, diese hier. Die Kamera, die hier diese Bewegungen macht. Da gibt es auch noch ein paar Einstellungen zu. Und zwar einmal Include Camera. Das heißt, dass er die Kamera überhaupt mit rein macht. Beispiel, so wäre es ohne Kamera. Dann wäre es einfach nur so. Sehen wir natürlich jetzt nicht so viel. Aber das Ganze wäre halt erstellt ohne eine Kamerabewegung. Und das läuft hier auch schon außerhalb der Komposition. Und ja, das wäre so das. Meistens mache ich es dann mit Include Camera. Ich schalte die Kamera wieder an. Wir können die Kamera updaten. Es gibt hier einmal noch die Bewegung. Also Smooth Stop and Go. Das heißt, er bewegt sich von einer Ebene zur nächsten sanft. Und bremst auch nicht abrupt. Er bremst langsam ab. Das wäre so das. Da gibt es halt mehrere noch. Auch zum Beispiel linear einfach nur. Was ich nicht so schön finde. Probiert mal rum. Auto-Rotate, das ist wichtig. Wenn ihr diese Wahrscheinlichkeit hier angeschaltet habt. Und er dreht einmal um 90 Grad. Habt ihr das Problem, dass wenn das nicht angeschaltet ist. Dann steht das Wort auf der Seite. Mit Auto-Rotate fährt die Kamera dann im Prinzip auch mit rum. Ihr könnt uns das ja mal anschauen. Wenn ich mal hier sage, eigene Ansicht. Und wir spülen das Ganze mal ab. Dann seht ihr ja hier die Kamera. Und guckt mal, was die Kamera macht. Die Wörter stehen ja quasi an einer festen Stelle im 3D-Raum. Und die Kamera, die ist automatisch vom Affen erstellt worden. Hier sage ich mal. Die fährt hier mit. Und wenn es sich dreht. Ich glaube, wir hatten es auch einmal dabei. Als Beispiel, oder? Warten wir es einmal. Ich dachte, wir hätten in dem Beispiel einmal gedreht. Aber dann würde die halt entsprechend mitdrehen um 90 Grad. Und das ist schon cool, dass das in so einem schnellen Arbeitsschritt erledigt wird. Gut. Was kann ich euch noch zeigen? Auto-Frame. Das wird aber auch im Tutorial alles erklärt. Wie gesagt, Auto-Frame. Das ist einfach die Größe. Moment. Die Größe, wie nah die Kamera hier ranzoomt. Medium heißt jetzt, so wie ihr es jetzt seht. Da wird so auf ein Wort eingestellt. In der Größe würde ich jetzt zum Beispiel Off machen. Dann gar nicht. Und bei Loose sehr weit weg. Bei Kong zum Beispiel. Da füllen die Wörter den kompletten Bildschirm aus. Kann ich ja mal zeigen. Denn die Aktualisierung der Kamera geht super schnell. Dazu müssten wir nicht Undo machen. Dazu müssten wir nur eine andere Kamera-Frame-Einstellung auswählen. Also das Framing der Kamera. Jetzt mache ich mal Update Cam. Und dann seht ihr schon, was passiert ist. Kong heißt halt sehr mächtig, riesig im Bildschirm zu sehen. Und dann sieht das Ganze so aus. Mal Motion Blur ausschalten, dass es jetzt hier schneller geht. Und dann würde das Ganze so halt sein. Hier seht ihr zum Beispiel wieder, hat das mit dem Spacing nicht ganz geklappt. Könnte ich aber auch wieder sagen, zeigt mir meine Ebene an. Type Monkey schiebt die ein bisschen weiter runter. Damit das Endergebnis so aussieht. Und ja, fertig wäre die Laube. Macht das mal von Hand. Und dann noch mit jeder Ebene einzeln animiert. Viel Spaß, gute Nacht. Und ist eine ganz coole Sache. Ich denke mal, dass mehr reicht es auch. Mehr brauche ich euch jetzt hier nicht zeigen. Ihr habt einen guten Eindruck gewonnen. Ich glaube, dass ich dem einen oder anderen, der das hier nicht kannte, wahnsinnig geholfen habe, indem ich ihm das gezeigt habe, dass es Type Monkey gibt. Denn es ist ein saugeiles Plugin. Und wer das mal von Hand gemacht hat, der kriegt die Krise. Wie gesagt, insbesondere, wenn da nochmal Änderungen gemacht werden sollen. Und wie gesagt, hier gibt es noch so ein paar Funktionen, Klammern setzen. Da könnt ihr das halt mit beeinflussen und steuern, wie Type Monkey damit arbeiten soll. Noch ein Hinweis. Es darf nur eine Type Monkey Geschichte pro Komposition sein. Wenn ihr jetzt mehrere Szenen machen wollt, also einmal zum Beispiel das hier und dann wollt ihr noch eine zweite in derselben Komposition haben, dann müsst ihr folgendes machen. Alles Verborgene hier wieder einblenden. Die Schlösser rausnehmen. Ich mache das immer mit dem Monkey Tools Skript. Da mache ich dann hier zum Beispiel einmal, warum mache ich das denn hier? Unshy Control Layers. Unshy Text Layers. Dann sind alle, ach, oder einfach hier drauf. Und dann Unlock All. Und dann mit Monkey Cam und Alle markieren, Rechtsklick, Unterkomposition erstellen. Und dann könnte ich die nennen, wie ich will. Zum Beispiel Monkey 01. Alle Attribute in neue Kompositionen verschieben. Dann habe ich hier meine erste. Die könnte ich dann ja auch quasi hier enden lassen mit Alt und Ä. Und dann wäre das meine erste. Und jetzt könnte ich hier quasi noch eine drin erstellen. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, hier B und N. In diesem Bereich will ich jetzt noch eine haben. Dann gehe ich hier auf Type Monkey, sage wieder Do It. Jetzt erstellt er mir das Ganze nochmal. Und das wäre dann in diesem Bereich. Und so haben wir mehrere innerhalb einer Komposition. Da könnte ich natürlich auch wieder alles Verborgene ausblenden lassen. Hier anlocken. Wie gesagt, ihr müsst Monkey Tools nicht benutzen. Ihr könnt auch von Hand hier die Schlösser rausnehmen. Und da müsste ich wieder alles markieren, wenn ich das möchte. Natürlich nicht diese Ebene. Da ist ja in der Komposition ist ja die erste Geschichte drin. Könnte ich wieder sagen, unter Komposition erstellen. Monkey 02. Und das geht dann natürlich von hier bis da. Und dann könnte ich das auch wieder mit Alt Ö und Alt Ä. Könnte ich den In- und Outpoint der Ebene verändern. Und so weiter. Und so kann man relativ schnell sich sowas bauen. Und ich kann dann hier reingehen. Könnte hier sagen, die Kamera updaten. Mach es mal bitte lose. Update Cam. Gehe wieder in meine andere Komposition. Das wird hier sofort geupdatet. Also wahnsinnig cool, was man damit machen kann. Probiert es mal aus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt drunter. Ach so, einen Tipp kann ich euch noch geben. Das Ganze hat ja jetzt hier einen transparenten Hintergrund. Das heißt, das ist einfach nur weiß auf Transparenz. Wenn ihr mit Adobe Premiere arbeitet und ihr wollt so eine Kinetic-Typografie-Geschichte hier irgendwo einfügen, in Premiere, könnt ihr diese Komposition, welche auch immer jetzt euren Schrifteffekt beinhaltet, rüberziehen vom laufenden After Effects ins laufende Projektfenster von Adobe Premiere. Lasst das da fallen. Und dann könnt ihr in Premiere vom Projektfenster diese Komposition in die Timeline ziehen. Die updatet sich selbstständig. Wenn ihr noch Änderungen dran vornehmen müsst. Ich habe manchmal auf einem Bildschirm After Effects, auf einem Bildschirm Premiere. Und dann mache ich das hinher. Das funktioniert relativ gut. Relativ, weil manchmal spinnt Dynamic Link, aber eigentlich selten. Und das ist eine ganz schöne Geschichte. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Ansonsten könnt ihr das Ganze natürlich auch ausrendern. Ihr könnt auch euer Voice-Over hier in After Effects reinladen. Wie euch das lieb ist. Aber das sind alles wieder Tutorials, Extra-Tutorials. Also ich beende das Ganze jetzt wahrscheinlich schon wieder eine Stunde hier. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen was gebracht. Die Augen geöffnet. Wie gesagt, ihr könnt auch nachträglich hier noch alles drin verändern. Ihr könnt auch noch einzelne Textfarben, falls man das wissen will, hier drin verändern. Dann ist das Rot zum Beispiel. Das geht nachträglich auch. Also das habe ich mich am Anfang auch gefragt, weil das nicht so beschrieben ist. Und so kann man auch nachträglich noch viel, viel verändern. Dann auch die Größe und so weiter. Ich kann hier zum Beispiel das Scaling verändern des Nullobjekts. Dann wird die Ebene halt kleiner und so weiter. Ich kann auch hier die Rotation noch verändern davon, wenn ich das will, dass nur ein bestimmtes Wort umgedreht wird oder so und so weiter. Also probiert rum. Habt Spaß damit. Wir sehen uns im nächsten Tutorial. Macht's gut. Ciao.